So, nebenbei werde ich noch ein ganz kleines Videospiel spielen. Vielleicht kennen es ein paar von euch sogar. Ich bin gespannt. Mir wurde es gestern vorgeschlagen, glaube ich sogar, es zu spielen. Und ich dachte mir so, ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Denn ich mag dieses Spiel auch sehr. Pathodios, Nonsense, Fantasy. Und wir haben am Anfang halt vier, ja wie soll ich es nennen, Raumschiffe, nee Charaktere zur Auswahl. Und obwohl ich den Pinguin viel cooler finde, nehme ich den Oktopus, weil dieser bessere Waffen hat. Also meiner Meinung nach. So, Manual Power Up und wie der Name halt so sagt, ist das eine Pathodie auf Gradius. Ja, wie nennt man solche Spiele überhaupt? Keine Ahnung. Äh, Sidescroll Shooter. Ja, so nenne ich es jetzt mal. Und Speed Up. Dieses Spiel ist wirklich freaky. Wenn man das mal so sagen darf. Ihr werdet es später sehen. Für die, die es noch nicht kennen. Ohohoho, das war schon knapp. Two Way. Okay. Bis jetzt läuft alles eigentlich ganz gut. Das will ich haben. Na, ich scheiß auf die Glocke. Nee, das will ich auch haben. Nee. Ripple. Ja, genau. Das will ich haben. Ohoho, Pinguin, du schießt auf mich. Ähm. Ich frag mich grad, was dieses Item rechts unten zu bedeuten hat. Kein Plan, Leute. Naja, egal. Ich werd's schon irgendwie herausfinden. Vielleicht mit X irgendetwas? Nee. Mit A? Doch, mit A. Okay. Was machst du denn? Ich weiß nicht, was das soll. Ach, jetzt hab ich dieses eine Item verpasst. Option. Ah, ist das putzig. Oh man, ich werd aber bestimmt nicht gut abschneiden bei diesem Spiel. Dafür bin ich viel zu schlecht. Oh, oh. Option. Ich will noch ne Option. Oh, die Glocke. Haha. Ich hab ein Sprech. Wie nennt man das? Ein Megafon. Ein Sprechsor, wollte ich sagen. No parking here. Und du bist kaputt. Bye bye, Kitty. Hey, ich hab gesagt, bye bye. Äh, was... Was war dies getäuscht? Na ja, egal. Puh. Didin. Hey. Quats. Sind das keine Orcas? Nein. Oh oh. Ich mach fertig, du. Oh oh. Du bist kaputt? Oder was? Ha ha ha. Sieg für Haze. Und mir fällt gerade ein, wie soll ich denn hier speichern? Oder Pause machen? Das ist jetzt aber doof. Äh, muss ich das jetzt an einem Stück durchspielen oder was? Nein. Ich hoffe nicht. Du, 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 du. Ich darf nicht zu schnell werden, also nicht zu viele Speed Ups benutzen. Denn das wird meistens mein Verderben. Ach, nur ne blöde Glocke. Haha, schon wieder dieses Megafon. Das stimmt. Das stimmt. Obwohl, eigentlich schon. Ich kann ja nach hinten fliegen. Oh mein Gott. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass dieses Level schon viel schwieriger sein wird. Dich hab ich kaputt gemacht. Du bist auch kaputt. Wilde Clowns. Oh, zu viel auf einem Bildschirm. Das ist nicht gut. Uh, das war knapp. Äh, Octopus Trap. Das heißt, ich hab jetzt ein kleines Schild vor mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Viel zu viele Sachen auf dem Bildschirm, die mich verwissen. Wow, 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 wow. Aber bis jetzt lief alles gut. Di, 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 di. Meine kleinen Oktopusse. Helft mir. Okay, wie? Am besten so, ne? Wow, wow, wow. Okay, was passiert jetzt? Schon ewig wieder her, dass ich dieses Spiel gespielt hab. Wie immer halt. Oho, was kommt da? Oh mein Gott. Es ist eine riesige Tänzlerin. Möchte ich mal sagen. Oho, oho, oho. Oho, oho, oho. Oho, meine Vase. Schwupps. Nein. Mein Octopus Trap ist kaputt gegangen. Tu mir nix, bitte. Jetzt bleib da und lauf einfach weiter. Ah, was soll das? Wieso verfolgst du mich? Oho. 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 Nein. Oho. Wann ist das knapp? Das ist nicht witzig, das Spiel. Ein kleiner Fehler und dann ist es schon passiert, ey. Komm, ob da keine Pinguine mehr. Oh nein, oh nein, oh nein. Sie kommt wieder zurück. Oho. Oho. Ich habe einen Herzinfarkt, ey. Das ist mir alles viel zu knapp. Aber das war noch nicht der Boss. Das ist das Problem. So, ich weiß gar nicht mehr genau, was dieses Ausrufe und Fragezeichen dazu bedeuten hat. Aber ich meine, dass ich dann all meine Fähigkeiten verliere. Oho. Fuck it. 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 Nein. Jetzt habe ich gar nichts mehr, ey. So eine Kacke. Ich liebe es. Ich liebe es. Speed up. Wie konnte ich denn da sterben gerade? Kann das jemand sagen? Oh. Das ist so einfach. Wirklich. Toll. Tolle Wurst. Echt. Wirklich super. Wie konnte ich da sterben? Kann mir das jemand sagen? Meine Fesse. So, jetzt muss ich wieder die ganzen Sachen einsammeln. Toll. Das bräuchte ich natürlich am meisten hier. Quatsch. So, ich warte jetzt, bis ich den Ripple Laser habe. Ripple? Ripple? Ripple, 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 Ripple? Nein. Option. Oh. Musik ist geil. Bum, bum. Bin ich langsam. Speed up. Nein. Nein. Nur ne fucking Glocke. Das gibt's doch nicht. Nein. Wieso schieße ich die denn nochmal ab? Oh, zum Glück. Scheiß auf die Glocke. Ja, ist egal. Ich benutze das jetzt. Ich muss mich jetzt an ein bisschen konzentrieren. Das ist nicht sehr spaßig hier gerade. Ja, Ripple. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir machen uns und beide. Bis zum nächsten Mal.